Was den DJ angeht, ich habe eine strikte Nicht-Tanzen-Strategie. Aber falls sie fragt, können sie nicht Nein sagen. Um das Tanzen mache ich mir keine Gedanken. Aber falls da noch andere Menschen... Tut mir leid, ich will ja wirklich nicht pingelig sein, aber ich muss da nochmal nachhaken. Zeigen Sie mir bitte, warum Sie sich da keine Gedanken machen. Vertrauen Sie mir. Das kann ich. Ja, so muss das aussehen. Es wird immer größer. Jetzt werde ich das Feuer anmachen. Aber die Füße hören nicht auf. Ich mache das Feuer an und dann mache ich die Pizza. Dann nehme ich die Hüften dazu. Ruhig noch mehr Hüfte. Und dann das Wattestäbchen. Wattestäbchen, Wattestäbchen und weg damit. Und wenn das nicht funktioniert, zeige ich Ihnen hier. Tun Sie das nie wieder. Ist das klar? Haben Sie verstanden? So drücke ich mich nun mal aus. Nein. Nein. So jedenfalls nicht. Okay. Sie beschränken sich auf das hier. Mehr nicht. Hier wohnen Sie. Klar, das ist Ihre Baustelle. Das hier nicht. Sowas will ich nicht sehen. Keine Pizza. Da gibt's Essen. Die Ellbogen schön dichter in der Taille. Im 90 Grad Winkel. Wehe Sie, wehe Sie beißen auf Ihre Lippen. Hören Sie auf damit. Okay. Frauen verbinden Tanzen mit Sex. Okay? Selbst ein heißer Tänzer kann bei sowas hier verlieren. Ich sag Ihnen das da. Das muss ich unbedingt noch lernen. Ich kann es nicht aufhalten. Man kann es nicht aufhalten. Nächstes Thema. Raus.